Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge Entschuldigung Oh man, die Settings sind wieder umgestellt 10 Sekunden braucht damit so lange Scheiße, ich wollte doch mal Internet restarten 4-Mein nach der Folge Warte mal, du hast die Äpfel im Backpack, ne? Ok Ich bin zu blöd um... Jetzt vergesst du mir ganz kurz, was ich gerade gemacht habe Tue ich ein bisschen was rein Soll ich nochmal 3 Digagaps machen? Für Spare? Ne, ich mach 2 Einfach, ne? Ja, jeweils nochmal 1 Spare, damit wir dann nochmal Digagapsen können Du bist sogar mal ein Chunk, glaube ich Ne Ist das nicht mein Skin Render? Nein, das ist nicht mein Skin Render Ich hab so die Haare von Slender gefühlt Also sind die Formen von Slender Hab die ein bisschen anders da Einfach Slender Fanboy Ich hab 42 Gips gerade Digga, den kann ich 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 Digga, der Gold war Ja, ich hab noch ... Die sagen sie ja was oft und nein ... Man kann es nun mal schreien Ha? Man Kann es ja mal schreien Ich habe keine Lightmap drin, das triggert mich gerade ein bisschen. Ich bin auch gerade zufrieden, um die reinzumachen. Ich bin auch gerade zufrieden, um zufrieden, um zufrieden, um zufrieden, um zufrieden, um zufrieden. Okay, das geht nicht. reichen oder jeweils auf einen die ergebnis und das ist halt nur unser ding falls wir sterben wollen wir hochgehen in der anderen haben wir noch äpfel nicht mehr gar keine ja das deckt jemand oder wir haben dann trotzdem noch gut hier liegen wir können dann ja trotzdem noch mal einen ordentlichen fight abliefern ja das werden wir verrecken ja mein wecker klingelt scheiße warum auch immer um 17 und wecker klingelt aber der hat aufgehört so eine andere so ist sortiert guck du nimmst das scharpe für das poison raus nicht nur das oben drüber raus nein ich nehm ich nehm ich nehm ich nehm ich nehm nur scharpe für poison ist der andere bringt mir nichts ja dual blade ist schon fünf mal nein nein das ist doch kein sinn dual blade hat kein zweck in devils hat kein zweck weil allgemein was einfach mit bow und so ja ich stacke mich jetzt gewinnt auch mal ja warte wir haben noch einen parachute können beide nix mehr machen haben wir haben noch mal gold gefunden aber wir haben eigentlich voll viel späer auch ne die späer rüstung selbst die späer rüstung ist wahrscheinlich steckt als die vom braten von uns haben wir dann haben wir dann haben wir sogar noch weil dann haben wir trotzdem noch ein shop 5 für den und das ist immer was wir über 30 gaps haben wenn wir aber niemanden mehr killen sollten und dann doch trotzdem sterben sollten dann nimmt der eine sich einfach das eisen raus macht sich full iron auch wenn der tool ist wo ist das wollen in die richtung die richtung ich möchte wenn die noch sehen wenn die jetzt wegquaken sie würden sich allein schon lohnen für die zweistellige killern zahlen ich weiß nie was braten damit hat dass wir das noch verlieren so ich meine was sollen wir machen was sollen wir denn es darf noch machen können nix mehr machen außer goldfarm oder das ist langweilig ja und da habe ich auch kein bock mehr drauf alles gefühlt gelootet wir können nix mehr machen wenn wir einfach recken haben wir eh unsere winchancen minimiert ne ja wir können trotzdem noch gewinnen mit der späer halt naja können wir auch noch warum droppen meine fps so runter das nervt da haben wir den spawn da haben wir die Ich glaube, ich würde dich sogar ohne Tierargebs fighten, wenn ich dich sehe. Disrespekten oder was? Was? Disrespekten oder was? Nein, wenn wir uns nicht so drillen. Egal. Das ist ja nicht böse wie die gemeint, aber ich habe halt einfach keine Angst vor dem. Oh, mein Internet lag ein bisschen, ich weiß nicht warum. Sogar mit Stuff habe ich keine Angst vor dem. Hey, Digga, mein Internet lag, real talk. Ja, man sieht es auf Tag. Warum? Ich bin jetzt geboren. Ich bin jetzt geboren. Ich bin jetzt einnig. Jetzt küsst du es zusammen. Ich bin jetzt geboren. Ich bin jetzt geboren. Ich bin jetzt geboren. Oh, oh, oh. Jetzt joinen die nicht mehr, die haben keine Folgen mehr. Ernst du hast? Ja, glaub schon. Oder bist du, oh Gott. Seil dich, Mun. Nur mit Schwerden noch nicht mehr. Dein Internet lags und mein Internet lags. Ich frag mich warum. Komm mal da vorne. Weiß nicht. Nee. Hey, was verdogen denn denn? Ich hab mich nicht mehr von mirs in einem rein. Wir haben einen rumpen. Ähm, ich hab mir drauf. Ich hab mich nicht mehr von miruluamt. Der nowhere kann ich meineсы. Dann wieder raus. Ich hab dich nicht mehr von mir. die leckte server leckten internet das kann auch das server sein halt manchmal mein gott junge ich suche den jetzt mit salatte ich sollte vielleicht mal andere richtung gehen da waren wir noch nie okay Hat sich... Freeze hat sich anwendet, glaube ich. Jetzt hat er sich anwendet. Digger, ist das halt so lame. Es wäre jetzt so geil, wenn ich so ein Overlay bekommen würde. Ja, ich mache halt die ganze Zeit lieber. Ich lade jetzt einfach alle Folgen gleichzeitig hoch, die ich aufgenommen habe, auf nicht gelistet. Und dann, also, keine Ahnung, ich gehe jetzt auch nochmal. Dann habe ich keinen Speicherplatz mehr fürs Finale. Ja, ich lade dir später hoch, habe ich gesagt. Digger. Ich lade dir später hoch, deswegen. Ach so. War ich verwirrt. Då hast du jetzt wieder abgehackt wahrscheinlich. Vielen Dank.